Wir sind der Tod. Norr ist mit uns. Lasst uns kämpfen. Was? Die Diebe sind gestraft. Wohl getan, Mensch. Ihr habt Uthros Flüche von diesem Land genommen. Die Götter sind euch wohlgesonnen. Damit habt ihr die Prüfung bestanden. Ihr seid würdig, das Kolosseum der Götter zu betreten. Das alles war eine Prüfung? Nur Sterbliche, die sich als würdig erweisen, dürfen an den Spielen und Vergnügungen der Götter teilnehmen. So spreche ich, Agamon, Wächter des Kolosseums. Ja. Jetzt verwandelt er sich. Das Tor geht auf. Wir können ins Kolosseum der Götter reisen. Nun kann ich endlich ruhen. Hey, Schild. Hey, gar nicht mal so ein schlechtes Schild. Eine Rüstung der Wacht. Ein Fernkampfarmbrust. Eine Katzenkappe. Ja. Was brauche ich eigentlich fürs nächste? 100. Oh Gott. Okay. Ja, das heißt, das nächste Level ab geht hier rein. Also vier Punkte Weisheit, ein Punkt Charisma. Und das hier steigern. Schwere... Auf jeden Fall können wir auf der nächsten Stufe besseres Schild tragen und dann nochmal das Schild tragen. Ja. Okay. So. Agamon, der macht's jetzt bitte, ne? Wir sind der Tod. Nor ist mit uns. Auf meinem Befehl. Ja. Vorwärts. Schnell. In die Schlacht. Ihr werdet alle sterben. Schnell. Schnell. Euer Blut wird in den Boden drängen. So, die sind ja nicht, nicht stark. Die Kampfschützen und alles. Ein feiger Angriff! Eure Gegenwehr ist vergebens! Schließt die Reihen! So, mal gucken, dass ich all meine Helden mal hier durchschleuse. Nor ist mit uns. Hier kommt euer Kontakt. Ja, vorwärts. Zur Ehre Aronius. Verstärkt die Deckung. So, dann heißt es mal wieder, wo sei ich? Vervollständigen. Unser letztes, wo sei ich? Zeit zu sterben. Verstärkt die Deckung. Kämpft! Auf mein Zeichen! Und los! Oh, da war sicherheitshalber. Speichern wir. Wir nämlich nicht nochmal alles machen. So. Der größte Teil des Mosaiks fehlt. Erstes Teilstück einsetzen. Aus den Böden ertönt ein... Entfernt ein Summen. Auf mein Kommando! Nor wird uns rächen. Eure Gegenwehr ist vergebens. Ein feiger Angriff. So, der Hüter des zweiten Fragments. Oh, nette Rüstung. Der Tod ist nur der Anfang. Okay, das erste Fragment haben wir jetzt ziemlich gut geschafft. Setzen wir das zweite ein. Die Linien dürfen nicht schnarchen! Und los! Oh, Mumien. Für die Rune! Eure Gegenwehr ist vergebens! Komm zu oben! Komm! Ein feiger Angriff! Eure Gegenwehr ist vergebens! Komm zu oben! Wir sind der Tod! Wir sind der Tod! Ein feiger Angriff! Okay, ich habe auf jeden Fall einen Hexenmeister verloren. Nor wird uns rächen! Oh, Mann! Nor wird uns rächen! Oh, Mann! Ist kaputt, Mann! Ein feiger Angriff! Eure Gegenwehr ist vergebens! Ein feiger Angriff! Das ist kein ehrloser Hinterhalt! Zurückscheiden, Mumien allgemein! Die Linien dürfen nicht brechen! Um alles kaputt machen! Anfällig gegen Magie zu sein, wenn man sie bald trifft! Die Linien dürfen nicht brechen! Komm zu oben! Nor wird uns rächen! Nor ist mit uns! Gebt eure Gegenwehr ist vergebens! Ein ehrloser Hinterhalt! Halt doch still! Au! So, können wir währenddessen schon mal was einsacken hier! So, das dritte Bruchstück! Skeletthert der Rache hat auch ein bisschen was gedruckt! Flood BUR! Ach! Oh! Ich könnte mal versuchen, die Eid zu frieren. Hat jetzt nicht viel gebracht, oder? Ah, das hat jetzt was gebracht. So, wenn ich richtig sehe, fehlen noch zwei Teile. Eins habe ich gerade. Aber erstmal muss die Mubi weg. Ja, vorwärts! Schnell! So. Na, mal gucken, dass wir einsacken, was hier so rumliegt. Gut. Gut, gut. Okay. Speichern wir sicherheitshalber. Wie viele Fledermäuse haben wir eigentlich noch? Oh, neun. Die halten sich gut. So. In das Mosaik wurden bereits zwei Teile wieder eingefügt. Drittes Teilstück einsetzen. Die Luft begrenzt, so vibrieren. Ja, vorwärts! Für die Freiheit! Einbalsamierer, okay. Sie sind überall! Traubhauer, würde ich jetzt sagen. Feindlicher Angriff! Ja, sofort! Schnell! Schlag sie zurück! Verstärkt die Deckung! Mir nach! Ein feiger Angriff! Halte durch, Männer! Eure Gegenwehr ist vergebens! Feindlicher Angriff! Auf mein Kommando! Nor wird uns reichen! Bereits! Okay, ich sollte an der Stelle laden. Und das anders angehen. Wird sofort ausgeführt! Zu Befehl! Meine Heroes mal hier runter schicken. Wo sie helfen können. Ja, ja, nicht beschworen von mir. So, euch mal ein bisschen weiter rüber bewegen. Dass meine Evos auch ein bisschen mehr Platz haben. Gut. Und dann können wir hier anfangen. Drittes Teilstück einsetzen. Nor wird uns reichen! Halte durch, Männer! Der Tod ist nur der Anfang! Euch bin ich nicht. Eure Gegenwehr ist vergebens! Verstärkt die Deckung! Nor wird uns reichen! Sie sind überall! Ein feiger Angriff! Eure Gegenwehr ist vergebens! Schrapp sie zurück! Nor ist mit uns! Ein feiger Angriff! Halte durch, Männer! Eure Gegenwehr ist vergebens! Schließt die Reihen! Ein feiger Angriff! Die stehen immer noch da oben rum! Sie sind überall! Nor ist mit uns! Das kürzelt! Ein ehrloser Hinterhalt! Halte durch, Männer! Nor wird uns rächen! Ein feiger Angriff! Eure Gegenwehr ist vergebens! Eure Gegenwehr ist vergebens! Ein feiger Angriff! Da brüllen sie auf die Mosaikmark hier ein! Haltet durch, Männer! Ein ehrloser Hinterhalt! Nor wird uns reichen! Eure Ehre! Ein feiger Angriff! Eure Gegenwehr ist vergebens! Ein ehrloser Hinterhalt! Hier woбы sind sie hier! Das ist eine Wege-Wad ev tamt! Zum einen.